auf mein kanal dunkler d ja gestern kam ein video und das hatte keine tonaufnahme es ist immer neu also ja wenn du fragen was auf ihren kanal sehen möchte nur minecraft oder auch was anderes ja ist meine redstone testwelt deswegen muss man ganz kurz als plattform dienen ja ich war nicht mehr so häufig videos bringen also ich will gucken dass ich noch videos mache es kommt auch bald einzig auf mein kanal also nicht wundern dass es gestern nicht geklatert hoffe das video klappt jetzt also haben wir ruhig einen kommentar ob ihr nur minecraft sehen möchtet oder was anderes oder ja und nur eine sache dank für die 50 abos und soll ich auch zeigen wenn ich maps baue also ich habe eine zeigen die ich mal privat gebaut habe da sind wir auch in der welt die ich privat gebaut habe also wenn ihr sowas sehen möchte wie ich sowas baue dann habe ich auch gerne die kommentare ja und klar charmant für pros ja auch ein verantrag gemacht wenn ihr sowas sehen möchtet dann schreibt mir gerne einen kommentar und ja dann haut rein und tschöne leute von Bis zum nächsten Mal.